ARD Text im Auftrag von Funk 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 Mit dem Mikro gestoßen. Mit dem Frostbolt kommt man Enraged rein. Ach ja, Enraged man mit dem Frostbolt. Das ist ein cooler Move, wenn du den schon Lethal hast, dass du dann selber wegfrobo bist. Wir haben einen Turn 2, 5 Schaden an Bord. Effektiv, wir können jetzt was für einen... ...remove, hoffen wir? Ich hab keine Ahnung wusste, dass das kommt. BAH, das ist auch eine von den g'schissensten Leuten, wenn du das nicht wegkriegst. Frostbolt. Ah ja, obwohl ich Frostbolt jetzt ist ein wenig teuer, weil ich einen Zombie-Jaw hätte gleich gewastet. Naja, das kann ich jetzt auch noch immer gewastet. Ich würde nicht sagen, nein, weil... Da schau. Wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dass wir einen Frostbolt aggressiv auf dem Bord zurückkehren. Nein. Sogt der Engl. Genau richtig. Ackl. Obwohl das Healing-Totem brauchst du dich gar nicht wegnehmen im Gegner. Esssenziell ist, dass der... Ja, nur noch... Da schau. Ja, das ist, das ist aber... Nein, der hat Spell-Totem, ne, aber sind wir schon. Und du hast gewastet. Warte mal, warte mal, äh... Die Frage ist mit was? Moment einmal kurz. Nicht so schnell, wir haben Zeit, wir haben 15 Minuten Zeit. Nein, wir haben so raus genug Zeit. Ja, ich hab so rausgenommen. Dann schier's ich den ein. Und mach ihn Double. Mit auch Spell-Totem nicht. Oder ich mach so und schier's noch mit der Flammenkanone. Du schierst vorher deinen Borgner. Dann nehmen wir Spell-Totem raus, dann nehmen wir die Flammenkanone und dann hab ich das. Ahhhhhh. Jetzt hab ich zwei Schaden hergeschenkt. Ich hab mich nicht den Dings auch killen können. Ah, anschaut! Anschaut man mich! Oh mein Gott, dann sind wir jetzt ein... Wir haben ein Enraged Worgen! Jetzt muss ein Gewittersturm spielen, wenn er hat. Ist die Wahrscheinlichkeit in der Arena sehr gering, das sind nämlich ein... Rare-Karten, ein blauer... Ach so, okay, das war's vorher. Und du kriegst, keine Ahnung, sieben, acht von den dreißen Karten blaue Karten und du hast noch eine... Hex, super! Boah, vier Dreier-Karten! Wechtiger Hex! Extremer Hard Move weg! Boah... Ich glaub ich spiel ja jetzt, bevor er in die Acha spüren lässt. Ja, sicher, du musst dir ja... Das ist kein Karten, ich muss ihn ewig aufkommen. Das Slows halt ein bisschen. Oh, was ist das? Ja, die bringt dir eh nix im Late-Game eigentlich, dann... Pfff... Du hast das eh schon entschieden, oder er aus entschieden. Boah, das ist best... Ja, das ist ein Karten, circa. Hm... Okay... Dann noch mal die... Ja, klar... Naja... Nehmen wir mal das raus... Das für mich... Dann kill ich das, weil das ist... Ziemlich bescheuert... Genau, wir spielen Oga... Und wir haben eher einen Spock-Kling... Oga... Lege... Der Schaman hat, glaub ich, keine Karten, was er... Ne... Bei mir ist er schon ein Glick, und das ist eine Legendary... Ja, ein Gabel-Blitzschlag, oder? Gabel-Blitzschlag, oder? Ja, aber das ist auch wurscht, das ist auch random, wo trifft irgendwas... Aber ich glaub immer zwei haben immer noch... Ja... Jawoll, oder? Super! Ups... Ups... Ja, weil der hat eh ganz noch... Ich spüre mal das da... Ja... Also nicht der Kontrolleur, sondern die Spiere drin... Ja... Mystikerin... Genau, was du kriegen kannst... Nein... Hm... Okay, aber es ist... Es ist kein großes Luck gewesen, aber es war okay... Wird noch interessant... Okay, das ist super... Super für uns... Super für uns... Super für uns... Wahnsinn... Nehmen... was nehmen wir raus? Nehmen den 3-4er raus, oder? Ich spüre dann nicht... Der ist so erschrocken... Also das war jetzt nicht gut... Wir nehmen auf jeden Fall den raus... Und dann... Der Rest haben wir uns gesiegt... Und den Podium haben wir dann mit drauf... Ja, ja... Naja, wird er nicht mehr haben, vier Minions... Das ist... Warte mal! Achso... Okay, Minimals... Ich denk mal, vier Minions wird er nicht mehr anbord haben... Von dem her kannst du eigentlich spielen, weil... Pfff... In dem Fall wäre jetzt die Frage gewesen... Wir hätten... Auch... Sheep machen können... Und nachher... Ich würde noch ein paar drauf spielen... Aber ich glaub in dem Fall wäre der Feuerballein deutlich besser... Wäre er Sheep... Und dann zum Beispiel... Nein, bei dem nicht... Nein, bei dem nicht... Nein, Sheep ist immer... Hardway-Muff, der hat immer immer gehalten... Genau, gehalten mir sich lieber... Da kommt irgendwas Gründiges... Ja, weil der hat nur drei Leben... Und wenn er jetzt da... Leitungsdarm... Ja, drei Leben sind... Drei Angriffe, oder waaah... Ne... Du hast mit dir... Du sitzt ja unter Druck gar damit... Er muss was mit dem Haufen... Weißens kriegt er zu viel ins Gesicht... Ne... Ich hab mir schon über den Zwing georten... Was? Optimal wäre jetzt irgendein... Das ist nicht gut... Das ist nicht gut... Aber ich... Aber ich kann's nicht mehr buffen, oder was? Ah... Warte mal... Warte mal... Ich weiß nicht... Wir haben sowas... Und jetzt spülen wir... Wir haben sowas... Und jetzt spülen wir... Wir haben sowas... Wir haben sowas... Und jetzt spülen wir... Spülen wir... Er hat sicher keine... 4 Minions... Dann haben wir es schon verloren... Wenn er 4 Minions... Und jetzt in Runde 10... Oder so... Nur mal ein Taunt haben... Wäre super... Geht weller... Fürs Ship... Mh... Er hat irgendwas mit... Die Wallenschild... Irgendwas gerochen... Mh... Könnte auch jemand... Direkt wozu etwas tragen... Das ist ärgerlich... Wenn du ihn hast... Als du eine Epic... Circa... Und dann kannst du die... Die Quatsch nicht... Das ist aber eigentlich... Ist er schon ziemlich am Ernst... Weil er wird eigentlich... Einen Taunt haben... Habe ich irgendwie... Er nimmt dir vielleicht... Dann 3-3 aus... Und es bringt... Hup... Oder ist das 3-Tam... Wir müssen den Sonnenbrunnen lauten... Hup... Ne... 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 Ja... Tja... Das ist trotzdem ziemlich... Zack... Warte mal... Wir haben Glitter... Eigentlich... Wenn wir treffen... Wenn wir treffen... Wenn wir treffen... Wenn wir liefern... Das ist jetzt die Frage... Risk... Ja das probieren wir sowieso... Weil wir wissen die nicht... Hup... Passt... Nope... 6-1... Super Ogre... Super... Der Ogre ist wieder... Der Winner... Ogre knows best... Der Winner takes it all... Der Ogre takes it all... Na gut... Bis gleich... Ciao... Bis gleich... Bis gleich... Bis gleich... Bis gleich... Bis gleich... Bis gleich... Bis gleich...